Hallo und willkommen bei einem kleinen Video, wie ich meine Epoxidatztlampen baue. Im Vordergrund seht ihr meine allererste Epoxidatztlampe und dieses Mal werde ich eine andere Farbe benutzen beziehungsweise auch eine andere Form. An sich, dieses Video soll für manche inspiriert wirken, deswegen werde ich jetzt hier auch nicht erklären wie Epoxidatztlampen richtig funktioniert. Da gibt es genug Videos dafür. Im Großen und Ganzen wegen der Firma ist es ja so, ihr werdet sehen welche Marke ich benutze. Ich empfehle das niemandem und sage ihr müsst es benutzen und es ist auch keine Werbung oder sonst irgendwas. Sondern es ist einfach nur so, irgendwo muss ich ja irgendwas benutzen und dementsprechend ist es halt diese Firma und wenn jemand irgendwas anderes hat, dann ist es sein Ding und wie gesagt, es soll halt nur eine Inspiration sein und ich werde euch jetzt dann auch gleich im Nachhinein ein paar Bilder und Videos einblenden von dem Bau und zum Schluss zeige ich euch noch sozusagen welche anderen Lampen ich alle so gebaut habe. Und ja genau, das soll es eigentlich gewesen sein. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und Ciao! Ich freue mich noch! Dann wünsche ich euch auch nur für dich die neue Nachricht. W생贅! Dann wünsche ich euch auch mal! Burn! Und schon mal! Dann wünsche ich euch nur für dich, dass ihr werdet Ihr werdet, wir euch dann verändert euch und Voilà! Dann wünsche ich euch ein bisschen Was! Dann wünsche ich euch! Dann wünsche ich euch das Ziel! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020